Hallo und willkommen zu Draufsicht, dem Millennium-Magazin. Solidaritätsdienst international, was drehen wir jetzt? Nämlich die Müttersterblichkeit bis zum Jahr 2015 um Dreiviertel zu reduzieren. Dem Kapitalismus wohnt ein Lasten. In unserer heutigen Ausgabe von Draufsicht schauen wir uns das Thema gleichberechtigend an. Die Behandlung von Krankheiten wie Aids oder Malaria ist heute kein entfernter Traum mehr, sondern Realität. Critical Whiteness nimmt die soziale Konstruktion von Weißsein als Status und damit verbundene Privilegien unter die Liebe. Auf Wiedersehen! Nein, wir lassen uns zusammen machen. Ja. 3, 2, 1, wenn ihr wollt, könnt ihr die Arbeit der... Ok, 3, 2, 1, wenn ihr Geld habt... Ok, es ist ok, ihr könnt... Aber ihr müsst ihr an... Oh! Wer sagt Action? Action! Was?! Ja! 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 Das Ding ist halt, also das wollen wir eigentlich gar nicht, dass wir das noch rein machen, oder? Das ist durch die Karte. Closer, closer, closer. Closer, closer, closer. In dieser Perspektive, da ist viel Platz zwischen dem Rad und dem Rad. On the beach, it's time. Yes, super! Ein Traum, würde ich mal sagen. Wir sind so unlocker. Gut, fertig. So unlocker. Ich mein, du kommst allerdings in der Totalen noch locker, Huber. Also wenn nur du zu sie bist. Oh Gott. Wir sind so unlocker. 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 Oh, I'm chasing my dreams I'm chasing my dreams I wonder who put all the stones in my way Sometimes I cry at night I look to the sky I wonder if it's really a crime To chase your dreams You took away my joy And made me feel so hopeless Should I give up? No, no, should I hold on? No, no, should I fall off? Das war die letzte Ausgabe von Rufsicht Danke!